In einer Zeit, in der schwarze Magie und grenzenlose Angst regieren, erzählt die Legende von einem Fremden, der sich aus Verachtung und Sklaverei erhebt, um die Finsternis zu bekämpfen. Wo hast du so zu kämpfen gelernt? Bei Dämonen. Warum hast du mich geholt? Eine Armee, kontrolliert von schwarzer Magie, unterdrückt das Volk. Selbst Ströme von Blut und Berge von Leichen können mich nicht aufhalten. Wir brauchen eure Hilfe. Was auch passiert, was ihr auch seht, es gibt keins zurück. Ihre Armee ist unendlich groß. Wir sind 47. Bringen wir es zu Ende. Ich habe keine Angst vor dir. Solltest du aber. Komm her. Von Tröme, Schröten. Dieử. Schreiten die Tömen. Dieço heißt, was wir in die Türk-Basse. Mist.